So, weitere Runde, Harry, nee, Sherry Sotter. So, weiter geht's. Wir müssen erstmal ein paar Sachen suchen. Ähm... Wir brauchen Mega-Power-Tränke. Die machen wir mal fertig hier. Und dann kümmern wir uns erstmal... Nee, kümmern wir uns nicht drum. Wir gucken mal, wir finden ja den Eingang zur Mine, da waren wir stehen geblieben. Und wir haben die dritte Prüfung bestanden beim letzten Mal, glaube ich, ne? Vom Stand her war das, glaube ich, so. So, das müsste, glaube ich, so gewesen sein. Gucken wir mal. Äh, hab nur weißes Bild. Ja, die haben irgendwie Probleme aktuell. Ein bisschen, ja, Riki. Die haben aktuell ein paar Probleme. Das kann durchaus sein, ja. Ist bekannt. Hatte ich vorhin auch, Riki. Hatte ich vorhin auch. So. Gucken wir mal, ne? Wir gehen gleich mal in die Aufgaben rein. Twitch hat momentan wieder Probleme, weil wir wieder irgendwas, ähm, Neues, äh, gebracht haben. Und, äh, ja, irgendwie wieder was machen wollen, ne? So, was haben wir denn hier? Finde den Eingang zur Mine. Okay. Äh, Lotcocks Loyalität. Na, über Handy geht es. Okay. Vielleicht mal an der Browser nutzen oder so. Wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Aber trotzdem komisch halt, ne? So, wir gehen mal auf die Weltkarte. Und gehen mal zum Eingang zur Mine. Boah, guck mal, ist da da hinten. Äh, da müssen wir hier hin, ne? Reisen. Und dann werden wir wieder, ja, schöne Storys haben, hoffe ich. Wir schauen mal, wir schauen mal, ne? Kann auch in Deutschland sein, äh, Maschira. Das ist ja mal so eine Sache, ne? Je nachdem, über welchen Knotenpunkt du gehst, äh, kannst du da schon mal Probleme geben, ne? Oh, warte, ist schon der Dunkel. So, weiter geht's. Micha, moin. Grüße, hallo. Ah, es kann sein. Kann doch nochmal lokale Probleme sein, deswegen. Ach ja, so ist das, ne? Guten Abend, Matze. Ich grüße dich. Hallo. So, letzter Stream von der Gamescom, Leute, ne? Das heißt, ab morgen bin ich bis Sonntag nicht da. Es kann sein, dass ich Sonntag nochmal live komme, abends, aber das weiß ich aktuell leider noch nicht. Mal sehen, mal sehen. Guten Abend, der Franke. Hallo. Und wir werden hier heute auf jeden Fall die, die, die Main Story, äh, fokussieren. Fokussieren. Wo komme ich denn da wieder durch? Muss ich hier wieder durchfliegen? Ich glaube, ja, ne? Ui. Oh, warte. Wir gehen mal ein bisschen raus hier. Triff einen Troll mit den Felsen. Das heißt, wir müssen den jetzt hier zerstören. Revealio. Revealio. Uh. So, okay. Wir gehen schon mal fertig. Ich muss erst mal anders hinsetzen hier. So. Oh, sehr gut. Und, oh, wer wird da Sachen gesammelt hier? Straßenkutter-Zeus? Sehr gut. Mhm. Bestimmt, wer geht denn hier? Ist da jemand? Wo sind die denn? Ach, hier. Er hier. Er hier. So. Ist da auch noch einer? Ja, mal da oben müsste noch einer sein, ne? Wo ist er? Hm. Ist der Trainings-Server down? Eigentlich nicht. Weiß ich nicht, Matze. Eigentlich sind alle Server da. Ist mir immer schwer zu treffen, da oben, ne? Da bist du bitte lang. Wo ist er denn? Ist er immer noch da, der Idiot? Ist er immer Wasser, oder was? Wo ist er denn? Ist er hier nicht mehr? Ach, der ist da hinten, Lül. Ist wirklich im Wasser. Hallo. Ich kann gleich mal gucken. Eigentlich müsste er da sein. Zumindest starten ja gleich die Daily-Server. So. Gucken wir mal weiter. Oh, einen Troll haben wir da. Oha. Ach, guck mal. Boah, guck mal da hinten. Da haben wir richtige Trolle. Ich guck mal kurz, Matze. So. Boah, diese Trolle da hinten, ne? Guck ich die mal an. Der wird gleich wieder lustig. Der wird gleich richtig lustig. So. Mal kurz einloggen. Nadine, hallo. Ja, bei Twitch aktuell ein bisschen Probleme, ne? Das gibt es leider aktuell. So. Sag mal, wieso komme ich nicht auf G-Portal drauf? Ich will doch da nicht drauf. Ich will zu meinen Servern. Aber es scheint allgemein Probleme zu geben. Überall. Was ist denn da los? Ich kann doch nicht mal meinen, meinen G-Portal-Server aufrufen. Was ist denn da los heute? Probleme an irgendeinem Knotepunkt. Was willst du machen, ne? Das ist manchmal echt komisch. So, lock in. Mit dem Handy komme ich da auch nicht rein. Ah, jetzt. Okay. Wir kommen uns gleich um den Troll und dann geht es gleich weiter. Sorry, dass ich mal kurz unterbreche, Leute. Doch, der Server ist running. Aber ich kann den mal neu starten, wenn du möchtest. So. Server startet neu. Müsste dann gleich wieder da sein. Grisum, moin. Endlich wieder Hogwarts. Jo. Es geht weiter. Oh, was haben wir denn hier noch? Oh, guck mal. Da sind noch ganz viele. Hallo. Was war das? YouTube, Facebook, alles irgendwie. Ah, okay. Guck mal. Guck mal. ganz einfach ausgewichen zauberfallen an mir ab Hmhm. Hmhm. Bombardier geht auch nicht. Oh oh. Jetzt gucken können. Oh oh. Gefährlich ist denn hier. Oh eh. Hilfe. Oh nein. Oh eh. Lölölöl. 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 Oh eh. Scheiße. Mach weg. Dennis. Moin. Eddie William. Moin. Hallo. Danke für eurem Rezaps. Dankeschön. Legioso. Protego. Expelliades. Bombardier. Konfliktung. Archeo. Entferno. Yo. Syndigue. Incentive. Jo. Gerne. Netze. Hallo? Bäm! Gepanzerter Troll. So. Ui, leider haben wir uns erwischt. Idiot. So, wir haben ihn erwischt. Sehr gut, sehr gut. Und Aurore. Danke für 17, Dankeschön. So, ich mach mal die Alerts wieder aus. Weil wenn wir wieder Story-Elemente haben... Ich lese sie natürlich alle vor, ne? Wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, Leute. So, der Hyptränk kommt. Oh, der Erich. Danke für 100. Vielen Dank. Dankeschön. Zauberlehrling? Ja, das sind wir hier. Grüße, Erik. Na, alles fit? So, haben wir jetzt hier alles gesammelt. Müssen wir mal gucken. Ah, oh, da oben ist eine Truhe. Die brauchen wir noch. Ach nee, ist doch alles gut, Mann. Alles gut. Jeder hat Zeit, wenn er Zeit hat, ne? Summerset, hallo. Wenn ich nicht angemeldet bin. Ja, es gibt aktuelle Probleme bei Twitch, Leute, ne? Das geht, äh... Liegt wohl an Twitch aktuell. Die haben Problems aktuell. Das heißt, wenn ihr ein weißes Bild seht und mich nur hört, dann einmal ausloggen und dann könnt ihr den Stream halt so gucken. Es geht, glaube ich, leider nicht anders. Und nochmal aktualisieren. Oder am Handy, hol die Gute. Hallo. Wunderschönen guten Abend. Microsoft Edge funktioniert Twitch. Ah, okay, dann liegt's an dem Browser. Deswegen. Jo, gerne. Ich verspiel richtig gut, ja. Ist auch richtig klasse. Ah, wir müssen... Ah, da hoch, okay. Aha, wir gehen mal rein hier. Oh, guck mal hier. Küstenmine. Uiuiui. War's kontrovers? Nee. Es ist mir scheißegal, was da um das Spiel erzählt wurde. Das hat was mit der... Dingens zu tun hier mit dieser komischen... Wie heißt die? Diese JK... Keine Ahnung was. Das interessiert mich nicht. Ich will halt Spiele spielen. Oh, guck mal. Das interessiert mich nicht. Das möchte ich ja auch nicht im Stream haben. Firefox geht auf, okay. Oh. Oh, was ist denn hier los? Geht schnell los. Mediode. Expelliarm. Expelliarm. Wissen. Auf. Ja. Gefolge. Entfänden. Sehr gut. Safari geht auch. Sehr gut, Leute. So, es sind ja Siebi. Danke dir. Für 13 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Oh, eine Mine. Eine Mine. Miene. Guck ich da rein. Glaube nicht. Okay. Nix. Schade. Okay. Fangen wir mal in die Mine, Leute. Oh. Geil. Ui. Leute. Action Jackson. Geil. Jetzt darf ich gucken. Nee, das hat nichts damit zu tun gehabt, Senior Siebi. Das hat Twitch aktuell Probleme. Oh. Das da vorn muss das Ende sein. Oh. Das war eine kurze Achterbahn. Das war echt die kurze. So, was haben wir hier? Oh. Schade eigentlich. Ich dachte, die Fahrt geht länger und ist ein bisschen mehr Action vielleicht. Oh, da müssen wir wieder ein bisschen handeln hier. Lass uns mal gucken, ne? Ja, es ist einfach Twitch, ne? Oh, da müssen wir einmal, glaube ich, Feuer machen hier. Oh, guck mal. Ui. Let's go. Hm. Da müssen wir dran ziehen. Damit wir das öffnen können. Oha. Wohin will diese Rohre führen? War eine richtig krasse Eisenmine, ne? Warte mal, wir müssen mal hier. Ach, nicht Repulso. Oh. Sind beide runtergefallen. Ähm. Akio. So ein Truff. Hier. Sehr schön. Oh, guck mal. Da sind wieder einige Leute unten. Ah, hier oben auch. Wir kommen schon irgendwie weiter. Ah. Ah. Oh, warte. Können wir das eigentlich nicht verstecken? Warte mal, wir könnten doch eigentlich auch den hier machen. Da können wir die leise töten, ne? Ein Attentäter. Sehen die unten. Ach, guck mal, das sind gar nicht so viele. Ich dachte, es wäre mehr. Okay. Gucken wir mal auf, wir den kriegen hier. Juhu. 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 So, den haben wir erwischt. Den können wir auch erwischen. Das ist nämlich genau hinter dem. Guten Tag. So. Danke für den Support, Leute. Dankeschön. Ah, da müssen wir mal gucken, hier. Da. Oh, will ich noch was rum? Komm ich da rein? Oh, da oben könnte ich vielleicht den kommen. Ah. Komm runter, ne? So. Sehr gut, weiter geht's. Apokalyptiker, moin. Guck mal, der kann sogar leise hier. Das ist aber auch interessant. So. Gucken wir mal hier lang. Oh, ja. Guck ich hier durch. Na, Schloss Stufe 3. Mist, das haben wir noch nicht. Schloss Stufe 3 haben wir leider noch nicht. Da müssen wir noch mehr von diesen komischen Mondgesichtern sammeln hier. So, wir gucken mal, ob wir die hier irgendwie überwältigen können. Guten Abend zusammen, Hallöchen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wenn wir den noch mehr kriegen, ja. Da oben. Ah, weiter unten wahrscheinlich, ne? So, kommen wir da vorbei. Oh, hier kommen wir aber auch vorbei. Da müssen wir mal ein bisschen Feuer machen hier. Hast du was zu looten? Ah, guck mal hier. Das ist ja nice. Gucken wir mal weiter. Gucken wir mal hin zum Fahrstuhl. Die Frage ist, muss ich da schon runter? Das ist ja eine gute Frage, ne? Ah, wir drehen mal am Rad hier. Komm. Let's go. Hallo. Grüße. Oh, das wäre so ein riesen Troll. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Das wäre lustig. Dieser riesen Troll wieder. Das ist so. Ei, ei. Oh, oh. Das wäre böse. Warte mal. Warte mal. Oh, oh. Ei, ei, ei. Leute. Das war keine gute Idee. So, jetzt haben wir uns erstmal den Troll gesichert. Der räumt jetzt erstmal ein bisschen auf. Sehr gut. So, der ist erstmal abgeräumt hier, der Troll, ne? So, ja. 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 Boah, Level 31, ey. Der ist schon heftig. ist schon heftig. Hallo. Ei, ei, ei. Verdammt. So, nochmal betäuben hier. Level 31. Ist schon heftig. Das ist schon heftig. Oh, ja, ja, ja. Das ist schon heftig. Ja. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Ja, 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 ja. Da ist schon heftig. LOL. Ah, ja, ja. Boah, das ist echt nicht ein echtes Ding. Jawohl. So, der ist down, Leute. Der ist down. Ei, ei, ei. Boah, das war aber... Das war aber heftig, fand ich. Ich glaube, wir hätten noch ein paar andere Missionen machen sollen. Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt gewesen. Guck mal, ganz schön schwitzen hier. Ein bisschen Feuer an mir. Okay, das heißt, das Ding läuft wieder, ne? Okay, wir brauchen noch irgendwas. Da kommen sie schon ordentlich ins Schwitze, Leute, ne? Der Stab, der glüht aber. Ja, ja, der ist richtig am Glühnimmer. Der ist auf Hochtouren. Was ist das eigentlich für eine Lautstärke her? Ja, ne? So. Oh, ein nicht identifizierter Gegengestand. Sehr schön. Oh, was haben wir hier noch? Wir haben auch noch zum Looten. Da müssen wir halt wieder hoch, ne? So, das ist jetzt für den anderen. Level 31 ist schon, ja. Soweit. Nurfalls kann ich auch regeln. Ja, alles gut. Ich kann ein bisschen leiser machen vielleicht. Äh, das müssen wir da oben rechts, glaube ich, ne? Da geht es, glaube ich, auch noch lang. Oh, was soll ich hier? Tür. Nein, die Ausbrust... Och, nö. Jetzt sind die Ausrüstungsdinger schon wieder voll. Ach, Leute. Wir haben schon wieder zu viele Sachen, ne? Was haben wir denn das Schöneste? Das haben wir nicht. Was ist das? Das können wir erst mal vernichten. Weil wir kriegen halt immer neue Sachen dazu, ne? Manche können wir halt verkaufen. Und manche sind halt nichts wert. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, was die wert sind hier. Weg damit. So. Sehr schön. Aber merkt halt jetzt, wo man, äh, heftigere Gegner hat, das ist schon nicht ganz so einfach, ne? Hallo. Grüße. So. Natürlich. So einfach, ne? Nee. Ja! 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 Sehr gut. Dann jetzt... Ah, da ist Renrock schuld. Warum haben wir eigentlich so grüne... Oh, oh. Ich glaube, das ist nicht so gut, dieses grüne, ne? Das mal gesehen, diese grünen Schwaden hier. Weiß nicht, ob das von meinem Zauber kommt. Einen bösen Zauber, den ich hier mache. Oder... Ei, ei, ei. Vielleicht wegen der Schmerzsymphagie, ne? Die wir hier anwenden. Ach, guck mal, die haben was zu essen hier. Eingeschlafene Füße. Lecker. Gehen wir mal hoch hier. Weiter in die Mine rein. Oh, da ist eine große Truhe. Guck mal, links. Was ist das denn hier? Ah, der Pulsum. Gehen wir runter? Ah ja. Okay, da geht's tiefer runter. Ei, ei, ei. Oh, den Schreibtisch haben wir freigeschaltet. Jede Menge zu luten. Einen Renaissance-Hut. Mero-Winger. Moin. Grüß dich. Hi. Was ist denn? Wir haben nur noch zehn Tränke, ne? Das ist nicht mehr so viel. Keine Ausrüstungsplätze. Ach, nee. Nicht schon wieder. Kann doch nicht sein. Mal gucken hier. Dennoch für schlimme Sachen. Oh, der ist gut. Oh, der ist auch gut. Aber den können wir zerstören, weil wir brauchen niemand. Wir haben echt zu wenig Inventarplätze, ne? Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Kommen wir wieder lang hier. Da sind wir durch. Da können wir runter, ne? Jo. Ui, guck mal hier. Jetzt sind wir wieder hier. Okay, wie komme ich da jetzt runter? Ah, okay. Warte. Oh, da unten. Moin. Zu Abfahrt. Ach, die sind wir wirklich alt. Hä? Oh, ey, was ist das denn? Hä? Ah, so. Gut. Hallo. Können wir vielleicht mal ein bisschen hier? Mal gucken, ne? Vielleicht können wir den direkt zurennen. Wrenbrock ist hier. Ich hoffe, dass Lobbrock ihm nicht über den Weg leistet. Ah, zu spät. Ich habe keine Zeit dafür. Echt krass geworden, ne? Echt krass geworden, ne? Ich bin mir noch mal ein bisschen. Ich bin mir nicht über den Weg. Wohin fließt? Oh, ich bin mir nicht über den Weg. Oh, das ist mir nicht. Und das nennst du Zauber? Entfiel. Das war's für heute. So, weiter geht's. Löser, leiser. Zack, fertig. Helgemoin. So, besiegt Leute. Finishing. Ei, 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 ei. Boah, die Gegner werden schon immer wilder, ne? Das ist schon nicht ganz so, ne? Würde ich jetzt sagen. Ja, das ist klar. So, das Ding haben wir angeschmissen. Oh, guck mal, Fahrstuhl, Leute. Da geht's weiter. Mal gucken, ne? So. Ah, da muss man raus hier lang. Diese Mine, ne? Die ist ja richtig mega krass groß. Hätte ich echt nicht gedacht. Ach ja. Looten. Oha, da ist er. Renrock. Oh nein. Wir siegen alle Gegner. Ja. Das wird wild, Leute. Oh, oi, oi. Oh, oi. Wir müssten vielleicht... Oh, oi. Wir müssten vielleicht hier... Oh, o, 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 o. Weg, 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 weg. So, jetzt macht der Troll erstmal alle fertig. Sehr schön. Das ist gut. Das ist so heftig, ne? Oh, oh. Muss man aufpassen. Wo ist er denn? So, warte. Sehr schön. So, jetzt müssen wir den Troll erstmal legen. Der Panzer war Troll. Der Panzer war Troll. Der Panzer war Troll. Der Panzer war Troll. So, warte. Wie alt sind die? Diese Trolle sind echt heftig, ey. Conflicto! Bombarda! Incentio! Der Panzer war Troll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Das ist schon heftig, ey. Muss ich ehrlich sagen. So, jetzt ist er dauernd. So. Alter, heftig, heftig. Einen Trollpupel haben wir gesammelt. Sehr schön. Einen Trollpupel, Leute. Oh, guck mal, das ist ein Bohrer. Ei, ei, ei. Lass da alle Säulen zusammenbrechen. Alle Säulen. Welche Säulen? Ach, die, okay. Ich glaube, Bombarder. Puffingo. So, wir haben es geschafft. Sehr gut. Hunibeer, moin. Oh nein. Rendrock. Nice. Ist ungünstig. Oh, oh. Oh nein. Rockwood. Jetzt geht's ab. Chris, moin. Oh nein. Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Gar nichts. Oh nein, geht dir nicht das Buch. Och, nö. Oh nein. Och, nö. Wieso machen wir die jetzt nicht fertig hier? Nicht. Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lodcock. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenwürdig. Sie, wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Rendrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackbors letztem Buch. Verschwendete meine Zeit. Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Oh, oh. Nein. Oh nein. Oh nein. Oha. Verdammt. Heftig. Aber was ist denn mit Lodcock? Der ist tot, oder was? Oh nein. Verdammt, ey. Ach, ich verlasse die Mine. Okay. Wir gehen mal wieder raus hier. Das ist echt schwierig. So, verlassen. Das ist natürlich nicht so gut. Aber er hat das Buch jetzt, ne? Von Isadora Mogenek. Oder wie die heißt. Ich muss mich mit Fake in der Kartenkammer treffen. So. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Renrock das... Ja, ja. Das weiß ich. So. Jetzt müssen wir zur Kartenkammer zurück. Und müssen mal gucken, dass wir mit denen sprechen. Bin ich jetzt schon wieder drin hier, oder? Joi, lol. Jetzt bin ich wieder reingegangen. Ich tue lieb. Okay. Sebastian, moin. Grüße, hi. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. So. Ach, hier sind wir. Okay, gut. Wir gehen die zur Kartenkammer. Dann gehen wir nochmal hin, ne? Wir gehen jetzt nochmal nach Hogwarts. Und dann geht das los hier. Kartenkammer, ne? Gehen wir mal dort hin. Unterricht für Zaubertränke. Wahrsagen. Wollen wir mal, wenn ich noch andere Punkte... Gehen wir mal da hin. Und dann müssen wir mit denen... Mit denen sprechen und mal schauen, was da dann passiert, ne? So, lass mal gucken. Wo müssen wir hin? So runter, ne? Ja, war klar. So, einmal wieder durch Hogwarts komplett durch hier. Guck mal, hier ist Weihnachten, ne? Guck mal, fliegende Kerzen und so. Nice. Wir haben nur noch zwölf Zaubertränke, ey. Da müssen wir auch nochmal dran arbeiten. Und wir müssen, glaube ich, noch die vierte Prüfung bestehen. Die haben wir ja auch noch nicht geschafft. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Die beiden sind so cool hier, ne? Das ist so geil. Die verprügelt sich immer gegenseitig. Das ist so witzig. So, einmal komplett durch hier. Darunter hier. Da lang. Da lang. Guten Tag. So, da sind wir in der Kartenkammer gleich. Das ist mega warm, Leute, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, von den Temperaturen her. Aber es ist, äh, ja, Hochofen, ne? Würde ich sagen. Guck mal, da müssen wir hier lang. Runter in die Katakombchen. Vorbei an diesem Drachending da, glaube ich. Oder war es nicht hier? Ach nee, das ist schon direkt unten. So, dann ab in die Kartenkammer. So, so. Ach, das ist ein eigener Punkt hier. Lul. Wie heißt der? Da können wir uns das mal merken. Äh. Ah, okay, Lul. Gute Morgen, Marshas Farm. Hallo, grüße dich. Hi. So. Auftrag anfangen. Mal sehen. Oh, Läser. Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Runrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Professor, Sie haben eine Eule erhalten. Runrock hat das letzte von Brackbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godtricks Herz. Lodgok. Lodgok und Runrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Runrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Oha. Das ändert die Lage wirklich. Runrock hat Brackbors Tagebücher und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Wir haben Brackbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Hm. Ich weiß es leider nicht. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich fürchte, Sie haben recht. Die Lage könnte besser sein, aber wir können nicht warten. Ich frage Professor Rackham, wie wir weiter vorgehen sollen. Oha. Gemessen an den Erinnerungen, die er gesehen hat, denke ich, dass unser junger Freund sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst. Oh, Prüfung 4. Oha. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Oh ne. Professor Bacar trifft Sie bei seinem Denkarium. Oha. Auf zum Denkarium. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst. Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen. Hm. Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Rampen machen. Ne. Und was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Sehr gut. Okay, das heißt wir haben einen neuen Auftrag. Trifft Sie in den Denkarium in der Kammer von San Bacar mit Professor Fick. Okay, gut. Erstmal gucken, was wir hier wieder haben. Wir haben neue Auslösungsgegenstände. Da waren einige mit dabei, die besser waren als die Sachen, die wir hatten. Das nicht, das auch nicht. Ähm, da sollten wir gleich mal ein paar Sachen noch identifizieren. Ne, da war auch nichts besseres bei. Bei den Hüten war, glaube ich, was. Ah, müssen wir... Oh, guck mal, das war besser. Oh, das war sogar 62. Guck mal. Aber da geht wieder die Offensive ein bisschen runter, ne? Ach, schwierig, schwierig. Immer mit den ganzen Klamotten hier, ne? Boah. Offensive 92. Und hier unten haben wir auch noch irgendwas, ein Outfit. Und auch ein nicht identifiziertes. Wir sollten mal kurz in unsere Kammer gehen. Und da mal gleich kurz weiterschauen. Mal kurz gucken, was wir hier freigeschaltet haben. Die sind toll wahrscheinlich hier, ne? Was war da? Äh, Grobig. Okay. Wehrhafter Troll. Krass. Wir haben wieder Sachen freigeschaltet für unsere Kammer. Was haben wir hier? Ein Schreibtisch, okay. Duty. Dann gehen wir mal den Aufträgen, mal gucken. Benötigt Level 24. Triff Sebastian. Ja, die können wir natürlich auch irgendwie nebenbei machen, ne? Aber schließe die letzte Prüfung der Hüte ab. Oha. Aber ich glaube, von der Main Story sind wir trotzdem noch weit weg, ne? Ich weiß nicht, also... Weiß das einer von euch? Fragt mal, Frage an den Chat. Sanbacar. Oh, da waren wir noch gar nicht. Da müssen wir hier erstmal hin. Aber ich soll, glaube ich, erstmal... Wir brauchen neue Tränke, ne? Ein Astronomieflügel? Ne. Hier. Raum der Wünsche vielleicht. Dass wir da erstmal hinreisen. Und dann schauen wir mal weiter. Wir müssen auf jeden Fall spätestens nächste Woche hier durch sein mit dem Game. Da kommt Starfield, Leute. Ähm, hier. Ausrüstung identifizieren. Oh, zwei Gegenstände. Purpurroles Reisegewand. Aha. Was haben wir hier noch? Mütterich. Ah, Bellemosa Tentacula. Oh, noch mehr Power trinken. Wir sollten mal gucken, ob wir... ...neue Sachen haben. Ja, haben wir, glaube ich. Sekunde. Dann streng dich an. Jaja. Ich streng mich immer an, Guni Bär. Hör mal. Ich bin immer gut dabei. Erzähl mir keinen hier. So, was haben wir hier noch? Boah, guck mal hier. Da geht die Verteidigung nach oben. 75. Boah, guck mal hier. Kräuterkunde. Fangzähne. Hm. Hat das Sinn? Ja, schon, ne? Verteidigung wird besser. Wir rüsten das mal aus. Müssen wir gleich ein paar Sachen verkaufen. Marty, ich grüße dich. Hi. Die können wir noch nicht freischalten. Erst ab Level 28. Boah, da geht die Verteidigung mal wieder runter. Das will ich nicht. So. Nein, nein, nein. Müssen wir erst mal alles verkaufen wieder. Na, ist auch schlecht. Okay. Umhang, haben wir da noch was Besseres? Verteidigung wieder runter. 72. Das ist natürlich schon geil, ne? Offensiv. Keine Eigenschaft angewandt. Den können wir mal nehmen hier. Ah, ich habe ja vergessen hier, was das aussehen zu ändern, ne? Die Mäntel. Nehmen das wieder hier. Was hat sich denn noch geändert? Ich glaube, das hier, ne? Oder? Das war schon. Nee. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Ah, hier. Okay. Hier auch noch irgendwas. Reuterkunde. Oh. Huch. Sehr gut, sehr gut. Äh, das haben wir, das haben wir. Gut. Jetzt müssen wir ein paar Sachen noch verbessern. Hallo Sky, ich grüße dich. War gerade auf der Gamescom. Lol. Da hat jemand gestreamt. War toll. Ja, klar. Gibt viele Leute, die das machen, Sky. Hast du dir angeschaut? Die Streams. Cool. Ja, kann man ja machen, ne? Es streamen einige Leute von der Gamescom. So. Das stimmt, ne? So, jetzt müssen wir kurz unsere Tiere füttern, hier. Sekunde. Hallo, hallo, hallo. Der Falco hat gestreamt, ne? Habe ich gesehen mit dem Povie zusammen. Bei Astragon, ne? Er ist ja riesig, auf jeden Fall, ja. Ich bin ja morgen da. Ah, Nessie war es, okay. Guck mal, mit Andi interagieren. Das ist der Andi wieder. Guck mal. Die Andi ist halt einfach Fein, ne? Ein Schniddelmuff. So, wir haben hier Jenny Penny. Erstmal alle füttern hier. Wollen wir noch die anderen Tierchen? Ah, da vorne, guck mal, der Fallen ist auch wieder da. Aber heute war es so angenehm dort. Ja, ist halt normal, das passt jetzt da. Aber ich konnte halt heute nicht, deswegen gehe ich erst morgen hin. Deswegen gehe ich erst morgen hin. Aber mir ist das relativ rum. Mir ist das relativ rum. Ich muss ja vorhin schon gedacht, da ist er. So, sammeln. Ah, guck mal, da ist Ricky. Da ist Ricky. Ah, guck mal, ein Feiner. Heute war nur Presse. Ne, heute war wieder Wildcard. Es gibt immer so Wildkarten ab 13 Uhr. So wie ganz früher ist das nicht mehr, Ricky. Ach, äh, Maschira. Das kannst du vergessen. So. Mittlerweile hauen die immer Wildcards raus. Das heißt, da kann jeder Hans und Franz hingehen mit Wochen. Ab 13 Uhr. Das war früher mal so. Das ist nicht mehr. Da waren aber viele mit Rucksäcken. Ja, ja, klar. Das stimmt. Warum denn auch nicht, ne? So, wir gehen mal hier lang. Aber Gamescom ist schon wirklich riesig. Das stimmt, ja. So, erstmal alle füttern. Einmal. Was haben wir hier noch? Ach, guck mal, Sebastian. Haha. So, Merlin. Jetzt mal alle zu kundern hier. Und Marty. Guck mal, das ist Marty. Einfach der Hübsche. Ja, vorwiegend. Ja, Wildcard gibt's dann immer. Ja, im Endeffekt weiß ich nicht. Haben alle gesammelt hier oben. Im Endeffekt, äh, ist es halt so bei der Gamescom. Soll ja auch hier ja rein. Alles gut. Sammeln. Soll ich irgendeinen vergessen? Ne, ne? Sehr schön. Gut, jetzt müssen wir noch zu den, äh, zu den Dunkelwesen. Ja, ein Frosch bist du. Hör mal. Da kann man auch Sachen mitnehmen. Ja, man kann Sachen mitnehmen. Klar, du darfst halt bloß da aber, äh, keine Getränke und so einen Spaß mitnehmen. Weil das, äh, sortieren die halt rigoros aus, ne? Hier gab es einen Sebastian. Ja, ja, klar. Natürlich. Oh, hier, warte mal. Hier sind die. Hier ist Blackie. Guck mal. Ah. Blackie. Wupp. Das Haupttier, das können wir da nicht umbenennen. Da hat man noch eins. Ah, da vorne. Da ist Ghostnick. Guck mal hier. Jetzt mal alle füttern hier. Oh, da hinten ist auch noch eins. Wer war das nochmal? Das ist... Hier, Frau Pellas. Finde ich schön. Ja, ja. So, jetzt müssen wir mal hier gucken. Einmal hier den. Einmal den. So, dann müssen wir die Dinger wieder sammeln. So, hier auch. Testrale, ne? So heißen die, ja? Und bei Frau Pellas auch nochmal sammeln, ne? Sehr nice. Sehr schön. Da müssen wir uns gleich für die vierte Prüfung vorbereiten, ne? Das wird auch gut. Ah, wir hatten doch noch eins, ne? Wir waren ins... Ah, da oben war es, ja. Da waren wir aber noch nicht. Hier oben. Guck mal. Aber wir haben so viele schon, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Hier war der Phönix, ne? Oh ja, guck mal. Hab wohl ein bisschen mitgehört. Hauptsache schon ziemlich gut ran. Die Story mit Sebastian. Auch echt nice gemacht. Ja, stimmt. Ja, ja. Wir nennen die Abasti, ne? Bei uns heißt er ja Abasti. Na, mal gucken, ne? Weil ich will das Spiel schon gerne fertig haben, wisst ihr? Weil das ist immer das Problem. Weil nächste Woche kommt Starfield raus. Und das würde ich auch gerne spielen. Aber dazu möchte ich gerne das Spiel hier als abschließen, ne? Fährt es immer blöd, dann Spiele zu unterbrechen. Weil da bist du wieder komplett raus von der Story her, ne? Das finde ich halt nicht so gut. So, jetzt müssen wir einmal die, äh, die Kleidung aufwerten. Das war ja mit dem Webstuhl, ne? Ja, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu früh einschlafe. So entspannt im Urlaub. Ach, alles gut, ey. Wer einpennpenn ein, ne? Also so lange werde ich jetzt auch nicht machen, weil ich muss morgen relativ früh los zur Gamescom. Wir wollen zwar nicht so weit weg, aber, äh, muss auch erst mal hier, ne? Das heißt, heute ist auch gleichzeitig der, der letzte Stream, ne? In dieser Woche. Äh, papp, papp, papp. Können wir das, äh, verbessern? Können wir schon Stufe 3 aufwerten? Legendär. Könnte ich noch mal sehen, was ausgerüstet... Ah, die blauen Dinger waren ausgerüstet, ne? Die hier. Verbesserung anzeigen. Ah, Fehler ist Fuppa. Das Fuppa haben wir noch nicht. Eigenschaften. Nekromantenschutz. Haben wir schon 3. Nee, haben wir noch nicht, ne? Aber wir könnten gegen Kobold Silber ausrüsten, ne? Fehlen Zutat. Knieselfell, verdammt. Ja, hab ich ja auch schon mitgekriegt. Also weniger schlafen, mehr spielen. Nee, ich muss wirklich schlafen, Leute. Ich schlafe schon 5 Stunden täglich. Das ist schon recht wenig. Ja, das ist schon recht wenig. Oh ja. Kräuterkunde wollen wir nicht gegen Kobold Silber. Da fehlt uns unter Waffnung. Knieselfell fehlt uns. Verdammt. Gift. Nekromantenschutz. Sehr gut. Was? Kein Mittagsbuch? Nein, Stefan. Ich grüße dich. Wie geht's? Auch ganz gut, hör mal. Morgen geht's auf die Gamescom, Stefan. Ich freu mich. So, jetzt haben wir das fertig. Tschüss. Musik Musik